Russland heute hier im Saal ist. Der Außenminister offensichtlich, wie auch bei anderen Sitzungen, nur wenn er selber spricht, aber nicht um anderen zuzuhören, sage ich an dieser Stelle noch einmal deutlich. Stoppen Sie diesen Krieg, der auch einen Krieg auf genau diese Organisation ist. Die Krieg und Destruktion sind Russland's Wahl. Es ist wichtig, dass Russland diese Krieg auf jeden Fall enden kann. Und Russland allein ist responsible für, wo wir jetzt sind. Wir wissen alle, dass es nur eine Person gibt, die heute diese Krieg von Aggression enden kann. Und das ist der russische Präsident. Russland ist in ihrer illegalen Krieg, aber es muss komplett verlieren. OBS, wir sagen es genau, ist, auf der Krohe der Krohe. Daher kommt ein einfaches Frage, ob es bedeutet, dass es in die Kraft in die Kraft zu investieren ist. Untertitelung. BR 2018